Herzlich Willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 12. Wir befinden uns jetzt hier in der Ostwüste der Maskas und müssen jetzt nach Hause... Oh, wunderschöner Tag. Wer bist du denn? Müssen uns nach Hause... Müssen wieder nach Hause halt kommen. Es gab einen riesen Knall und dann wurde der Zugang zu den Tunnel verschüttet. Unser Boss ist da wahrscheinlich immer noch drin. Es gibt zwar einen weiteren Eingang, aber den Schüttel dazu hat auch unser Boss. Ja, dann wird er wieder rauskommen. Heute steht an. Wir gucken erstmal kurz, ob wir irgendwelche Lizenzpunkte ausgeben können. Ich mache das so immer, wenn wir irgendwie 200 haben oder was und dass ich dann in die Ausgebe war. Wurde das wahrscheinlich auch langweilig. Ich muss halt ab und zu mal gucken, ob da denn auch was ist, was ich auch ausgeben kann. So. Und jetzt ist es wieder Mützen. Ich öffne keine Truhen. Es macht echt viel Spaß, wenn man dann zu mehreren halt hier ist. Ach, da ist noch einer. Es gibt echt viel Spaß. Ja. 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 Ich wache. Ja. 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 Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. 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 Das war's.